Oh mein Gott, ich sterbe! Mach was! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab Angst, die Tür zu erfüllen. Ich ertrage den Druck nicht mehr. Scheiße, hey, ab... Oh mein Gott, guck mal, wir haben so ein Glück! Oh mein Gott, die Zone, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, da wird Glück, oh mein Gott! Fuck it! Was für ein Zonenglück! Absolut. Absolute Camper-Folge. So, meine Lieben, es gibt wieder ein Fortnite-Video. Welche Überraschung? Und zwar spiele ich heute mit den lieben Crank It unten auf jeden Fall abchecken. Und zwar gibt es eine neue Waffe und die wollen wir uns jetzt direkt mal anschauen und hoffen, dass wir sie auch kriegen werden. Hallo, Crank It? Hallöchen. Ich hoffe, du hast jetzt endlich die passende Mütze gefunden und wir können starten. Ja, hab ich. Dazu musst du nur bereit drücken. Bereit. Geh los. Sehr gut. Wie findest du eigentlich mein Outfit? Du hast noch gar nichts dazu gesagt. Ich würd's halt selber haben. Ja. Echt? Kann ich dir eigentlich ein paar Coins schenken? Ich spare selber, Moment. Ich hab schon so viel Geld reingesteckt. Wenn's geht, kann ich dir was schenken. Ich hab noch was. Ach komm, das wär doch was. Ich hab selber schon zu viel dafür ausgegeben. Ich muss auch mal... Nö, nö. Achso, du bist neidisch, deswegen hast du jetzt nix gesagt. Du warst neidisch auf mein Outfit und wolltest es einfach ignorieren. Das ist einfach übersehen. Keine Sorge, ich bin nicht so ein Geier, der einen alles wegnimmt. Kennst du das, wenn du mit Leuten spielst, die du nicht kennst und die nehmen dir dann die geilsten Sachen weg. Soll ich abknallen? Nein, chill, chill, chill. Pass auf, ich schmeiß den... Wir laufen nicht hinterher, aber langsam. Kann ich langsam rennen, ich weiß. Ich wollt grad sagen, langsam und du rennst. Langsam, ich renne. Out, ja. Nein! Okay, den musst du jetzt holen, ich bin ausgenockt. Sauber. Ja, echt tot. Komme her, pass auf. Ja. Lebt der andere noch, der ist tot, oder? Beide komplett tot. Geile Sache. Pass auf, du baust mich jetzt bitte ein. Okay, das ist risky, 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 risky. Ja. Pass auf, wir können halt absolut hier drin bleiben. Ja, würd ich auch sagen. Lass uns chillen. Genau. Fühl leise. Die hören das ja auch, gell? Ja, ja, die hören das auf jeden Fall. Oh shit, Mann, wie es da abgeht. Bitte lass die Zone bei uns enden. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Also, ich kann dir gleich noch ein bisschen das Bauen beibringen. Ja, oh ja, wir haben so ein Glück, guck mal! Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, hörst du sogar die Vögel und die Grillen hier? Ich hör sie, ja. Das macht mich voll nervös. Stell mal vor, die Zone wäre genau an unserem Haus, ich würde mich totlachen. Ich glaube, ich würde mal einscheißen. Ich würde hier drin sitzen und warten. Das ist echt Camping Simulator, was wir hier machen. Ja, wir machen ja gleich noch ein, zwei Runden. Dann geht das. Ich werde mein Video morgen um zwölf Uhr mittags versuchen online zu stellen, also muss ich es vorher irgendwie noch schneiden. Ja, du rauchst gerade Shisha, gell? Ja. Ich hör das. Hörst du das Blubber? Nein, ich hör aber den Rauch in deinem Mund. Hä? Was? Ja. Wie hörst du den Rauch? Wie kann man den Rauch? Das hört man, das hört man voll, weil deine Stimme auf einmal so dumpf, dumpf ist. Ja, okay. Hey, oh Gott, guck mal, wir haben so ein Glück. Oh mein Gott, die Zone, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, haben wir Glück, oh mein Gott. Fuck it. Was für ein Zonenglück. Absolut. Ich sterbe. Absolute Camper-Folge. Aber echt, es ist Camping Simulator. Okay, holst du mal den Klappstuhl raus, ja? Das Ding ist. Das sind diese Runden, die mich so nervös machen, ja? Wenn wir zur Tür gehen, sind wir immer noch in der Zone. Oh mein Gott, dieser Druck, ich halte die nicht aus. Okay, jetzt wird's interessant. Absolutes Camper-Haus 3000, ey. Das ist echt Camping Simulator 2018. Und die Klappstühle raus. Ich hab den Titel schon. Neues Update. Kribbelst du in den Zeh, ne? Du kribbelst im Arsch. Okay. Warte, warte, die Zone, oh mein Gott. Dö, 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 dö. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte zu uns. Ey, das wäre doch krass, wenn die jetzt zu uns kommen würde, oder? Ich rauch jetzt nicht weiter. Das ist gerade zu spannend, gerade. Wenn du schon gar nicht weiter raus, dann heißt das was? Okay. Bleiben wir hier, bleiben wir hier. Auf jeden Fall, bleiben wir hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, bleiben wir hier, oder? Nehmen wir immer noch zwei. Wir bleiben hier, oder? Ja, wir bleiben hier noch. Oh mein Gott, ich sterbe, mach was. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab Angst, die Tür zu öffnen. Ich ertrage den Druck nicht mehr. Ich werde jetzt die Tür öffnen. Drei. Nein, warum, warum tust du das? Wir müssen, sonst kommen wir suchen. Drei. Drei. Sicher, oh mein Gott. Eins, oh mein Gott, mein Herz, und los. Da vorne, Vorsicht, bei E-N-E, bei E-N-E, bei E-N-E, die haben sie uns gesehen. Shit, von der Seite, Vorsicht, hinter dir, bei der Treppe. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Der ist ausgenockt. Der ist hinter dir, der ist hinter dir, der ist hinter dir, der ist hinter dir. Oh, wir tanzen beide, wir tanzen beide. Was macht ihr? Wir tanzen, wir tanzen. Ich bin tot, ich bin tot. Los, mach ihn platt. Nein. Scheiße. Nein. Er hatte, es war der letzte. Ja, der war hinter dir. Er hatte, oh shit, zwei Hitze hat er noch gegeben. Nein, oh mein Gott, das war so knapp. Wieso habt ihr eigentlich getanzt? Ja, weil er die Boogie-Bombe geschmissen hat. Wir haben Party gemacht. Wir haben einen Spin hier verheert. So eine Scheiße. Echt, Mann? So eine Scheiße. Ey, es war so todesknapp. Da gibt's nichts zu gucken. Geh weg. Ich weiß, dass du jetzt nicht wolltest, dass ich da reingehe. Das ist meins, das ist meins. Das ist auch meins. Das ist voll gemerkt. Alles meins, alles meins. Da war richtig die Intention dahinter. Ja, was meinst du, warum ich direkt hier hochgehe? Komm, ich mach dir auch den Butch. Ja, zeig mir den Butch, ja. Mit so einer Scheiß-Ding auch noch, weißt du, eine dumme Kugel. Ey, das sieht so kacke aus. Vor allem, da sieht mich halt jeder gleich zehnmal. Ja, ist halt so auffällig. Guck mal. Kannst du jetzt damit? Ja. Oh, dein Wackelbusch. Oh mein Gott. Hey, warte mal, wo ist meine Waffe? Wo bist du denn? Bist du so leise? Ja, ich komm grad. Okay. Ähm, okay. Ich sag dir, ich behalte den Butch bis zum Ende. Ich merk's schon. Kannst du dich in mir drin verstecken? Ich weiß nicht, äh, ob das moralisch jetzt so... Ach komm, für die Aufnahme geht das. Nee, ich glaub, nee, geht nicht, weil du ja blockierst so. Und dann spring ich drauf und dann zieht der automatisch den Fallschirm. Richtig. Okay. Mach eine absolute Jump-Head-Action jetzt. Kann ich überhaupt mit meinem... Mein Busch wird doch dann zerstört. Nein, warum? Meinst du, die Blätter fallen ab oder was? Ja, ich geh doch dann kaputt oder mein Busch geht... Ich werd mit dem... Ich sag dir, wenn mein Busch kaputt geht, beende ich die Aufnahme. Ich würd sagen, jetzt springen wir. 3, 2, 1 und... HEPA! Und rein mit dem... Flieg! Hilf, ich bin am Baum hängen geblieben. Nein, 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 mach sowas nicht. Oh, scheiße, hinter mir. Ach, fuck, er hat mich, aber er ist sehr, sehr stark beschädigt. Der steht direkt da, wo ich mit dem Kopf stehe, siehst du? Ja, genau, hinter dem Baum ist der. Genau. Ja, der müsste jetzt gleich tot sein. Super. Super. Oh mein Gott, ich hatte 9 Leben. Krass. Ich hatte 9 Leben. Scheiße, deswegen warst du grad so ruhig. Ja, ich war ganz schön ruhig. So, und jetzt gucken wir mal. Ich guck auf der anderen Seite, okay? Ah, ich seh sie, die sind da direkt vor uns, bei N. Direkt ab oben, bei N, bei der ungebauten Mauer springen sie rum und bauen. Okay, lass uns hinfliegen. Und HEPA! Okay, das hat super geklappt. Soll ich? Das passt nicht, okay. Da oben sind sie. Oh mein Gott, ja, fuck it, nein, scheiße! Das liegt alles an dir. Oh, fuck it. Das ist nichts im Ernst. Das ist wirklich jetzt schon wieder zweiter Platz. Oh, das ist der Wichser. Ewig. Er war oben auf dem Baum. Ja. Den hätt ich ein Leben gefunden. Wie unten? Nee, die waren beide oben, ja. Der kam die ganze Zeit vorgeschissen. Oh nein. Nein. Oh no. Okay. Vor allem in den letzten Aufnahmen sind wir auch nur Zweiter geworden, weil ich gesnipet wurde. Ja, ewig Zweiter. Das ist der Fortnite-Fluch, ist das. Ja, aber schon geile Runde. Ja, richtig geil, aber das ist, ich bin, ich bin verflucht, das ist der Fortnite-Fluch. Aber diesmal hatte ich mehr Kills als du. Ich hatte nämlich sieben. Da schreibt einer, darf ich bitte mitspielen? Hä, wo schreibt das einer? Da unten im Chat, siehst du es nicht? Nee, bei mir sehe ich das nicht. Ach so, echt? Hä, wo schreibt das einer? Der Smiley dazu. Hat Spaß gemacht, Leute. Auf jeden Fall, Crank it up checken. Unten in der Beschreibung ist er drin. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Also war doch eine geile Runde auch zum Schluss nochmal. Ja, und vielleicht können wir in der nächsten Aufnahme den Fortnite-Fluch brechen. Und zwar, dass wir nicht immer nur Zweiter werden. Endlich erster Platz. Das wäre doch mal was. Das wäre doch was. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen nach oben. Wir sehen uns in den nächsten Videos, Folgen oder Streams oder sonst was. Und dann sage ich mir immer Ade mit E. Bashi. Nee, war das Bashi? Nee, es war Bashi. Bashi. Okay, und tschüss. Tschüss.